Zwischen Blau und Gelb wacht die Strahlenburg über der Lichtebene. Diesen Haiku werden Sie leicht verstehen, wenn Sie sich das Bild im heutigen Der Schwöbelblog am Samstag anschauen. Wer genau hinschaut, sieht, nicht nur Himmel und Landschaft leuchten blau-gelb, auch auf dem Turm der Feste steht eine ukrainische Flagge wacker im Wind, so soll es sein. Hier noch einen Terminhinweis. Auf Einladung der Bürgerinitiative Aufbruch 2016 stelle ich meinen Essayband Fluchtkulturen vor. Am Donnerstag, 28. April 2022 um 19.30 Uhr in der Gaststätte XIA Garden, Ketscher Landstraße 11, 68723 Schwetzingen. Sie sind herzlich eingeladen. Der Schwöbelblog am Samstag, 23. April 2022.